Servus Leute, Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Erstmal safe. Ähm, ne. Das hier war glaube ich der aktuellste. Nehmen wir den da. Weil die alten Spielstände, die baue ich jetzt nicht mehr. Und ich bin doch so klug, ich habe im letzten Part gesagt, ich habe Longplay aufgenommen von Donkey Kong Land 2 und Mega Man Unlimited. Aber dieses Video hier wird vor dem besagten Longplay kommen. Das heißt, ich habe gerade total gespoilert. Aber was soll's. Ich könnte theoretisch gesehen, wie den Upload bei der Longplay vorziehen. Aber, ne. Ich will jetzt nicht alles umändern. Und da kann ich mich nicht hinbrauchen. Ne. Ey. Ich müsste jetzt immer geradeaus. Immer der Nase nach. Ja, immer der Nase nach. Gut, ich will erstmal ein bisschen in die Gegend erkunden. Weil da ich in diesem Spiel sowieso keinen Meter gewinnen werde, weil ich einfach viel zu schlecht dafür bin. Dann werde ich mich einfach in der Gegend umgucken. Mit der Hoffnung, dass ich irgendwie durch Zufall oder was auch immer Quests löse und Level erreiche. Ich weiß, wir haben da noch links den Geist im Brunnen. Ist doch jetzt links im Brunnen, oder? Ne, wo renne ich denn hin? Ich renne irgendwo ins Nirgendwo. Hallo, ey. Ich habe jetzt keine Lust, dich umzubringen. Aber dich. Nicht. Ne. Also. So. Hier. Geist! Ach du Scheiße. Komm her, ich mach dich alle. Deine Mittagserscheinung. Was hat sie hier zu suchen? Bist stärker als ich, oder? Ja, bist stärker als ich. Teuflische Brunnen erscheinen, oder was auch immer. Ah. Ja, ich sterbe. Kann ich irgendwie was essen? Moment. Ähm. Momentan. Wer denn gegen die Geist kämpfe, fresse ich einfach mal. Ich hoffe, ich habe viel Verzehrbares mit. Was haben wir denn da? Äh, nimm mal Fleisch. Ja, du sollst was essen. Wie isst man mit nichts? Was? Komm, pass hier. Oh Gott. Ich muss... Jetzt bin ich in Ruhe. Ich muss erstmal gucken, wie man isst. Das zählt nicht. Äh, alle Tasten drücken. Nein, nein. Okay, ähm. Ich will essen. Hallo, wie frisst man denn? Ah. Toll, das lädt langsam. Schadet dir vorher? Ja, es lädt langsam auf. Aha, daneben, du Losergeist. Aber ich habe genauso daneben geschlagen. Ich bin genauso ein Losergeist. Wow. Wooow. Wf. Nöööööööööööbaleste solche Moves hast du drauf. Ruf nahm Na toll, das wird sich nie ausgehen Der Geist lebt Was irgendwie paradox ist, weil ein Geist nicht leben kann Ich treffe dich gar nicht Hier, für Feuer Oder ich greife mit der falschen Waffe an, das kann auch sein Was, Teufel, was stand da gerade? Gehalt beim Teufel Äh, Geralt beim Teufel Wie zum Kuckuck rüßte ich meine andere Waffe aus Gegen unmenschliche Viecher Ja toll Weg, weg Mittagserscheinung, oh ja Tschüss Ja, ja Ich mach nur 13 Schaden, das ist so lächerlich wenig Und er macht mir und so vieles mehr Schaden Ich wollte eigentlich ausweichen Ich glaub nicht, dass das Feuer irgendeinen Schaden macht Kann ich nicht irgendwie die Waffe wechseln? Wie zücke ich denn die andere Waffe? Hier, diese Silberklinge Macht mehr Schaden Aber die ist kaputt Wahrscheinlich genau aus dem Grund Hm, Silberschwert Kann ich sie austauschen? Stahlwaffe Toll, ich hab nur Stahlwaffen Ja, ich könnte mit Knüppleine drüber ziehen Ja, ganz toll Da wird Final was zum Lachen haben Ich stehe hier sowas von einer verlorenen Posten gegen diesen 0815-Geist Ich wollte mich rollen, du Loser Wo ist er? Wo ist er? Aber morgen kommt sie wieder Etwas hält sie hier Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunens Ah Wie geht der Hexer hin? So Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunens Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunens Schnauze, ich weiß es Ich muss nur meine andere Waffe geil machen Okay, da könnte ich mich wegporten Immerhin habe ich den Geist jetzt mal ge- Hoppla Immerhin habe ich den Geist jetzt mal gesehen Nimm doch die Pilze Ich weiß, du bist genauso ein wenig ein Pilzfreund wie ich, aber trotzdem Hallo Rehe Ja super, ich muss mal ein Reh boxen So Hier war doch das Haus mit dieser kranken Frau, oder? Das bringt mir übrigens gar nichts mehr, weil die Frau ist bestimmt schon seit 100 Jahren tot Ja Ja Die Frau ist seit 100 Jahren tot, sie ist sogar schon verwiesst Oder das ist das Haus vom Geist Perlen 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 vor die Säue werfen Das muss das Haus vom Geist sein Geist, ich habe dein Haus gefunden, aber so schön sieht sie nicht aus Und dann wieder zurück auf den Weg Muss noch irgendwo was sein Jetzt reicht's, oder? Ja, fast Fast Da lang Ja 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 Gorilla? Ich trau dem Braten nicht. Ich glaub zwar nicht, dass es ein Gorilla ist, aber was machen wir denn das da? Du bist bestimmt stärker als ich, nicht wahr? Ein Bär! Du bist Level 6! Egal, ich hab gespeichert. Hier, friss den, du Bär! Kann ich auch aufladen oder so? Nee. Kann ich die verbrennen? Ja! Brenne, Bär! Brenne in der Hölle! Irgendwie macht der nix. Der Bär ist total defensiv und Geralt, bösartig ohne Ende, verbrennt den Bär. Wow! Ich hab nix mehr! Weg! Ich wollte dich eigentlich... Oh! Lass mal saufen. Wow, ins Gesicht. Das hat bestimmt weh getan. Was? Äh, ja. Äh, welchen Spielstand hab ich jetzt genommen? Moment. 1939. Ja, dann muss es der da sein. Oh, muss das sein? Ich schneid's aus. So, äh, wahrscheinlich werd ich's rausschneiden. So, mal saufen. Dann muss ich das irgendwie... ...austauschen. So, ist das ne Teignudel? Ein Knödel. Das ist auch so ein Knödel. Ist das Schokolade? Naschwerk. Mhm. Mit dem Fisch. Oh, Früchte. Scholarenfrüttopf. Ja, von mir aus. So. Ich könnte das hier theoretisch gesehen nutzen, aber ich will den Bär umbringen. Ich könnte den... ...einen Bolzen in den Arsch jagen. Sorry. Feinst du? Ja! Haha. Mach doch, Zauber! Äh, ich kann nicht mehr. Dann im Schlitzen. Einfach gnadenlos dem Bär gegenüber sein. Oh, Kuma. Strikes back. Kuma ist übrigens eine Figur aus Tekken. Ein riesiger Bär, um genauer zu sein. Sorry, Bär. Müsste sein. Jetzt bin ich natürlich das da. Was ist das? Großer. Achso, das ist ein anderes Zeichen. Ein Z. Achso, das heißt das... Moment. Ähm... Was ist jetzt hier? Ja. Ja, super. Wo war das Z? Ähm... Sieht man hier irgendwo ein Zeichen? Sieht man hier irgendwo ein Zeichen? Ich meine Lila. Lila ist gleich rot oder... Fertigkeit erwerben. Ich kann nur die... So, hier kann ich alle aber... Hier kann ich nur die und zweiter Stelle. Okay, was hätten wir denn da alles? Mit den Schaden bei schnellen Angriffen? 5%? Ja, ich nutze oft schnelle Angriffe. Und tariert werden... Ja, super. Ich tariere nie. Schaden erwerben... Die Schaden erwerben wird Adrenalin von... Na... Reichweite von Art um 1 Meter. So, das ist diese Feuerwelle, die ich immer mache. Schaden durch Igni schwicht auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Also Igni ist das Feuer, oder wie? Zeichen wirkt dauernd 5 Sekunden. Hm? Weil die Überdose... Die Überdose schweren wird. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, dafür muss ich trinken können, ne? Ich kann aber nix brauchen. Ich vergifte die Klinge. Hm? Hm? Hier, dass er allein der alchemistische Rezept der Stufe eins erwirbt, den wir uns mal eine eigene Vergiftung machen. Ach, super. Warum sollte ich mich vergiften wollen? Und hier kann ich alles. Das ist... nicht halb sehr interessant grad. Ich will nicht das dann. Das kann ich aber auch irgendwie einsetzen, oder? Was brauche ich alles? Stufe 6. Na gut, dann warte ich bis dahin. So. Du hast ein Pferd vernichtet. So, ich bin jetzt da. Ich könnte zur Brücke gehen. Das werde ich auch machen. Der Bär ist jetzt erledigt. Oh, 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 oh. Achso, es sind nur Hunde. Ja, gut. Zieht ein Schwert. Ne, es sind Ghouls. Ja. Erstmal die falschen Tasten drücken ein paar Mal. Ah. Der da. Ja. Tut gut, nicht wahr? Erstmal rohes Fleisch essen. Da ist aber noch einer. Die Stufe 2. Vieh. Komm her. Ich tanze mit meiner Klinge und vernichte dich. Haararm abgeschnitten. Einarmiger Bandit. Komm her. Da haust du ab, du Feigling. Ey. Schauen wir mal was gebracht zu haben. Gefahr gebannte Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ich weiß zwar nicht was ich jetzt gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Wie liegt der denn da? Na, Monster hin ist natürlich praktisch. Wofür Ärger? Häuterkundler? 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 Hast du was interessantes? Uhh. Uhlala hast du ne Menge Zeug. Mit Uhlala kann ich viel verkaufen. Ähm. Beerenfell. Kleine Quenklüfe. Ja, was macht das? Ich hab jetzt die Eigenschaften, ich weiß nicht welche. So riebene Perle, hey, ich hab ne Perle. Und es gibt seit der Weisse nur ein archimistisches Rezept. Der archimistische Rezept sollte ich vielleicht nutzen. Ich kann nix zusammengüxen, also ist das irgendwie doof. Jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfhende direkt genaut. Oh, wenn ein Einzeltreffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenkschild aktiviert. Der Gegner einen Angriff schützt. Gegen den Nächsten, ah, das klingt gut. Der bewegt die Schaden erhöht. Klingt auch nicht schlecht. Ehrheit maximal durch jeden getöteten Gegner erhöht. Klingt gut. Oder eine Schneereise unternehmt. Ja. Alkoholherstellung. Errungenschaft freigeschaltet. Trankmeister. Wut? Wut? Ich hab 17 Münzen. Ich bin so ein armer Schlucker. Ähm. Reines Silber und dafür nur zwei. Dein Handwerkzutaten zerlegt werden. Hm. Ingetaucht. Ja, da. Das kriegst du auch. Ich hab 17. Leere Flasche. Die könnte ich eventuell gebrauchen. Ja, das war nicht so viel Geld. Eins. Eins. Sind alle nur eins wert. Oh. Wie die mystische Paste. Zwergenschnaps. Ich kann die Hälfte davon verkaufen. Zwergenschnaps. Kann ich hier erstellen. Ja, super. Hm. 80. 55. Ja. 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 Das klingt gut. Das will ich haben. 80 brauche ich. Hm. Falsch. Ja. Jetzt bin ich. Pleite. Alchemie. Zutaten fehlen. Schwalbe. Beschleunigte Regeneration der Virtualität, wenn Schaden erlitten wurde. Es erzählt. Ja. Weißer Honig. Wird eigene Vergiftung so wie Effekte anderer trinken völlig frischstündig aus. Grünes Mutagen. Kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern oder Mutagen absortiert zu stellen. Nein, Zutaten fehlen. Ähm. Was sind's denn hier? Was? Ne. Bei den beiden sind alle Zeile vorhanden. Brüle. Und gar keine. Ich trinke nur zwei. Bomben eine. Alkohol ein. Und dagegen kann ich kein einziges machen. Wow. Da fehlt mir ne ganze Menge. Lebe wohl. Ja. Hat wahrscheinlich was gebracht, dass ich die Leute hier... Mutant. Was auch was du sagst, sonst bist du gleich Mutant, wenn ich dich geschnetzelt hab. So. Ähm. Haben wir das auch erledigt? Ich erledige lauter Dinge, die ich eigentlich nicht erledigen wollte. Ich will eigentlich nur da zur Brücke hin, wenn ich... Oh. Deswegen war's. Da. Ist die Blume. So. Nutze. Falsch. Nutzesicherheit. Falsch. Äh. Jetzt weiß ich nicht... Der war... Der war aktuellster. Wann hab ich den Part begonnen? Machen wir mal den weg. Ich muss mir merken, welcher Speicherstand der war, mit dem ich den Part begonnen hab. Ist hier ansonsten irgendwas... Ne? Was hat's? So ein Baum. So im verschwommenen Blick sah das aus wie eine Frau. Das ist ein Fass. Wenn ich da runter geh, komm ich nie mehr hoch. Super. Tschüss Fass. Super. Komm nicht mehr hoch! Moment. Ja, du sollst springen. Vielleicht nicht mehr hoch. Sehen wir einen Aufgang? Ja, gut. Ich dachte schon. Hm? Muss mich verarschen. Es ist so weit weg. Danke. Versteh ich nicht, warum das grad nicht geklappt hat. Der mich weggeportet hat. Na gut, hier sind noch Rehe. Unter mir. Wie komm ich dann wieder hoch? Komm scheiß drauf. Schmuggler-Versteck. Oh, alles meins. Recht gehabt, die Schmuggler. Hm, alles meins. Pech, ihr Grüße. So. Ich will da aus. Ich erledige Quests, ohne dass ich's eigentlich will. So, jetzt geht's da nach oben. Oder? Wo geht's denn da lang? Ich muss wo... Oh, links im Wald wär auch noch was. Oder da am Fuß entlang. Und dann gehe ich beim nächsten Mal dadurch den Wald und Kokos da ist. Dann würde ich sagen, das war The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht. Bye, guys.